Moin alle, willkommen weiter zu einer Episode, einer weiteren Episode von Aldemots 9, 2 der Skis. Ich habe ein bisschen hier rumgetestet und habe geguckt, ob der hier den Drawer erkennt. Und er macht das natürlich, wenn man davor den Storage passert. Und ich habe, das habe ich nur mit ein bisschen Hilfe herausgefunden, kann ich euch überzeigen, habe ich jetzt hier, ich habe Places drin, wenn ich jetzt sage, ich bräuchte hier die Placing Crystals, zwei Stück, mal sagen drei. Dann sehen wir jetzt auch, dann sehen wir, dass die produziert werden durch den Import Bus. Wenn ihr dann wieder halt ins System geschleust, dann schaffen wir uns dann noch ein Stück von. Wir brauchen eigentlich noch ein mehr, ein mehr brauchen wir noch davon. Because mit den Placing Crystals kann man sich einen Pluck daraus machen. Nein, einen habe ich schon gemacht. Und wenn wir jetzt den hier unten platzieren, weil wenn wir jetzt sehen, der produziert 1.500. Und mit dem Placing Crystal produziert er fast was dreifache. 280%. 280%. Es gibt noch weitere Tiers. Es gibt noch weitere Tiers, die man sehen kann. Wo sind sie denn? Nitrat nicht, oder? Nitro, nicht Nitrat. Da gab es doch noch mehr. Aber wenn ich jetzt auf den Thermo gehe, das hört mir genau, der zeigt mir an. Dark Matter und Red Matter. Ja, Dark Matter bauen wir erstmal natürlich Dark Matter. Und dann Summoning Alter. Da kann man aus Enderium, Euthemodium, Matherite Scrap und Sky Steel Ingets sich dann halt Dark Matter craften. Aber so weit sind wir noch nicht. Und dann wechsle ich mal kurz die Welt. Habe ich auch ein bisschen mit Functional Storage rumgespielt und hier RI. Und ich habe gesehen, dass die Upgates hier rausnehmen, dass die einen gewissen Radius haben. Ich muss die halt nicht mal verbinden. Das ist halt das Gute, wie Sie sehen. Ich habe die auch wieder hier mit dem Storage Bass connected. Und der ist dann halt connected mit dem ganzen Draw. Mit dem hier auch und mit dem nicht mehr, weil der halt aus der Range ist. Und wenn die mir dann hier alle angezeigt, wie wir sehen. Ein Cable müsste drin sein. Ist auch hier drin. Dann Iron sollte drin sein. Iron ist auch drin. Dirk ist auch drin. Natürlich und dieses Bruce Wood ist auch drin. Also auch eigentlich super easy. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch dann anfangen. Dass ich einen zentralen Storage Controller habe für meine Aquaculture Farm. Dass der sich halt dann mit den ganzen Draw verbindet. Also let's go. Es gibt jetzt verschiedene Optionen, wie ich das machen kann. Beste Version wäre es, also Möglichkeit, wenn ich halt ein Kabel habe, was relativ mittig geht. Damit ich auch wirklich alle Draw erreichen kann. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Aber wir machen erstmal was Provisorisches. Weil ich glaube, der Bereich hier, der wird noch größer. Obwohl, ich habe jetzt von Showsen Architect gesehen, dass man auch Lightros. Okay, ich stehe Schlaf und Zeit. Dann habe ich die irgendwie abgespeichert. Genau, die Pythogenic Insulators mitbauen kann. Und mit denen kann ich halt verschiedene Pflanzen halt anpflanzen. Auch halt die Seeds von Mystical Agriculture. Aber ich habe es auch nicht getestet, ob die jetzt wirklich dann alle Baumir brauchen. Weil die da optional. Optional Katalysator. Ich glaube, der ist einfach dafür da, dass der Prozess schneller geht. Das könnte ich mir auch nochmal wieder austesten. Weil für Sachen, wo ich weiß, davon brauche ich nicht so viel, reicht es ja, so ein Setup dann aufzubauen. Genau. Und dann, ja. Also von den ganzen Ärzten. Also würde ich sagen, so von Eisen. Eisenpomben bestimmt noch viel. Redstone brauchen wir auch noch viel. Gold, Diamonds. Netherite geht ja auch. Und, und, und. Und, ich glaube, so ein Feld machen. Und für die ganzen Elementarseeds und Erde, Stone, Dinger, reicht es so ein Katalysator. Oder Katalysator. Pythogenic Insulator da zu bauen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Dann, äh, gehen wir erstmal in Functional Storage rein. Ich brauche den Controller. Controller Access Point. Äh. Storage Controller. Wir brauchen den Storage Controller. Dann brauche ich Kisten. Ich habe kein Holz hier drin. Ja, das wird dann halt nicht passieren, weil die würden ja ständig, äh, laufen. Die Farms. Habe ich ja ganz schnell Holz. Habe ich nicht noch einen Stack oder so. Ist hier drin? Also hier ist sieben drin. Ich glaube, Holzziehts wäre echt eine gute Variante, die ich als nächstes möchte. Aber für die Holzfarm kann ich mal die Katalysator, ähm, die Katalysator, sondern halt den Insulator bauen. Das ist eine Option. Da testen wir es dann mit aus, wie genau das funktioniert. Aber ich glaube, das wird super easy. Compress Stone. Cobble Stone sollte auch gehen, oder nicht? Ah, Stone hätte ich auch. Hatte ich mal. Breite ich mal einen Stack Stone und nicht mal einen Stack Stone mit. Möchte Stone haben. Okay, äh, wird so ein Computer. Wer könnte auch ein Upgrade gebrauchen? Ich kann es auch einfacher machen. Wer habe ich das denn hier? Dann brauche ich noch die Karte. Äh, bräuchte die... Alles fehlt mir. Ja, Diamanten, Paper. Diamanten habe ich. Ja, Diamanten, Paper. Okay, alles klar. Da haben wir dann unseren Linking Tool. Dann bräuchten wir auch noch unsere Item Logistik Pipes hier. Der Transport, der würde dann erstmal hier sein, ungefähr, damit der erstmal alles erreichen kann. Guck mal, der zeigt mir ja an, deckt, bis wo er hinkommt. Genau, und der Draw, der müsste dann, ich würde dann die items hier trotzdem rausnehmen. Und die werden dann bis, sagen wir mal, bis hierhin transportiert, oder bis hierhin. Das hört sich doch noch an den Planern. Auf geht's. Die Logistik Pipes sind natürlich noch nicht automatisiert. Ich glaube, die dafür bräuchte ich auch wieder. Stil. Naja, ich muss eh durch die ganzen Tears. Wir können auf jeden Fall Advanced machen. Die sind doppelt so schnell wie die Basics. Das heißt, wir brauchen erstmal Basic Control Circuits und Stil. Und Stil Stack. Machen wir einen Stack Stil. Äh, ich brauche nur einen Hammer. Sonst passt das alles. 64. Die muss jetzt noch braten. Da haben wir unser Stil schon. Und wir brauchen ja auch noch Basic Control Circuits. Osmium und Redstone. Den brauchen wir gleich noch in Fuse Alloy. Na, da brauchen wir nur mal das Eisen und Redstone. Eisen haben wir noch ein bisschen. Oh, ja. Ähm, wie gesagt, ich packe den dann... Ich weiß nicht, ob ich den über- oder unterirdisch quasi bauen sollte. Ich glaube, ich mache den unterirdisch. Das Kabel muss dann also... Oh. Wir brauchen hier Power. Den können wir einfach als Buffern. Das wäre ja nur ein bisschen eine Möglichkeit. Ist dann... Ja. Ja, 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 ja. So machen wir das. Ein paar... Ah, die muss ich ja noch upgraden. Aber wir können schon mal den Weg dahin bauen. Wir hätten ein paar Infuser in Storage gehabt. Deswegen habe ich schon mal 16 Stück gecraftet. Der muss dann also hier... Mitgebunden sein. Natürlich reicht das dann nicht aus. Hier soll er die Items heraus... Nehmen. Oder nicht. Warte, ich glaube, ich habe wieder... Rotate French. Hä? Ich weiß gerade nicht, ob der... Ob ich das finde... Bei denen kann ich das auch machen. Die sind auch Logistik... Oder ist meine... Ich könnte die nur upgraden. Ja, aber... Ich glaube, es liegt nicht daran. Hm. Merkwürdig. Die Circuits sind fertig. Und jetzt brauche ich noch die Infuser. Infused Alloys. Die Pipes können wir uns schon craften. Die Basic Pipes. Haben wir schon mal... Vier Stacks. Das ist... Mehr als genug fürs Erste. Mehr als genug. Ich wandle ein Stack dafür um. Guck mal, wenn ich jetzt ein Stack umwandle... Guck mal, ich hatte sogar noch genug gehabt. Aber... Bei mehr als zu wenig. Naja. Kann ich es jetzt ändern? Weil ein Output hat? Ne. Oder... Ne, das macht keinen Sinn. Jetzt gesagt, es sieht das nicht als Puller. Hm. Habe ich noch einen Pusher? Einfach nur um Pusher upgraden möchte ich gerne. Zum Testen. Pusher? Doch, Pusher. Zum Testen. Geht es dann? Hm. Direction. Down. Ja. Aber will er nicht. Hm. Habe ich noch einen... Machen wir einen Draw. Wenn ich jetzt hier nicht drauf packe... Ist er verbunden damit. Oh, boh, boh, warte, warte, warte. Ah. Haben die eine gewisse Reichweite. Pump Rate. Jajajaja. Jetzt kommen die wieder. Wie geht es auch noch? Hä? Aber das ist kein... Jungs. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Wer sieht den nicht als Output? Der Input? Ist falsch mit euch. Wenn ich den jetzt hier platziere... Das ist Gucci. Jaja, dann ist alles Gucci. Der verbindet sich ja auch damit. Ah. Okay. Alles klar. Dann packe ich hier auch noch... Ja, und den kann ich hier abnehmen. Den und den. Pack den da hinten rein. Haha. Hier müsste ich höchstens... ...noch einen Vault-Upgrade reinpacken. Dass, wenn der Fall... ...passieren sollte... ...dass der hier doch auch noch überquillt. Was ich aber nicht glaube. Das ist eigentlich scheißegal. Wenn der... ...ein Vault upgrade hat... ...pumpt einfach so lange... ...weiter. Ich glaube, das stört ähnlich. Der pumpt einfach weiter. Ähm. Dann haben wir ja unser Link hier. Müssen wir den halt hier mit verbinden. Und die sind verbunden. Denke ich jetzt. Und... ...wenn ich das Cable hier ziehe... ...wenn ich brauche davon noch ein paar. Bup. Bup. Sollte ich... ...was ich alles richtig gemacht habe... ...mein Inferium sehen. Ist das nicht geil? Mein Plan zuerst war ja... ...dass ich... ...die Cables... ...immer hier nach links und rechts... ...gehen lasse. ...rausgehen lasse. Aber das Problem ist ja... ...die Cables haben ja... ...geht glaube ich schon bis 32 Channels... ...und der Exporter... ...beziehungsweise Importer... ...ich habe einen Importer genau... ...der verbraucht ja selbst schon einen Channel. Wenn ich das bei jedem Draw angeschlossen hätte... ...ja gut, dann... ...das hätte... ...der event glaube ich meine 32 Channels... ...schnell voll gewesen. Deswegen habe ich jetzt so einen Hub... ...dass ich alles sammle... ...dann ist gut. Dann ist gut. Dann kann ich das hier wieder zumachen. Ja und von der Geschwindigkeit passt das jetzt auch. Schneller muss es nicht sein. Was mich jetzt hier nur stört... ...dass diese Connections da sind... ...diese Verbindungsstücke... ...das stört mich eigentlich nur noch... ...sonst so eigentlich alles gut. Dann... ...next step ist noch... ...den Installator zu bauen... ...um zu verprüfen... ...ob der so funktioniert... ...wie ich denke... ...dass er funktioniert mit Tin Gear. Oh, okay. Da pumpen wir erstmal ein. Dort haben wir... ...Glas. Ich habe kein Dört hier drin. Jetzt hätte ich Dört. Letztown Flux. Bläsen Redstown Start. Den habe ich auch. Da habe ich einen gecraftet. Ja. Zwei habe ich noch. Den muss ich auch nicht mehr craften. Jetzt brauchen wir halt nur noch die... ...Lumium Gears. Also brauchen wir Lumium. ...Luminium brauche ich hier. Da, Stui. Tin. Glaus down. Silber. Tin. Glaus down. Silber. Tin. Glaus down. Silber. Silber habe ich hier. Tin wird jetzt produziert. Aber... ...Tin. Ich habe echt kein... ...mhm. Tin. Das ist echt merkwürdig. Ich hatte echt noch nie Tin. Gut. Aber nicht nur Tin brauche ich. Ich brauche auch Fire Chargers. Blaze. Gunpowder. Blaze. Gunpowder. Und Kohle. So. 48 Stück. Klaus down habe ich ja... ...zwei Gears davon. Dann testen wir mal aus. Die geben mir auch Strom, soweit ich weiß. Oder die geben keinen Strom. Nehmen die keinen Strom ab. Nehmen die halt keinen Strom. Okay. Ah, die bauen auch Water. Natürlich. Ich glaube sogar noch. Configure. Das ist oben. Oh, Jungs ey. Oder... Ne, das ist... Das ist unten, oben, links, rechts, unten. Dann packe ich da ein Seed rein. Ich wollte jetzt den... ...ääh... ...den Baum Seed haben. Tree Seed. Ich glaube Oak Seed. Ich weiß gar nicht. Oak Seed. Äh... Wood. Wood. Dann brauche ich nur... ...Holz. Fear Inferium. Ups, das war falsch. Es ist bloß egal, wie ich die platziere. Dann anhebe, warte, dass das... ...falscher Seed. Die muss ich ja noch umcraften. Spuckt mich nicht an. Ey. Und wir bekommen dann unseren... ...Wood Seed. Den packen wir dann... ...wo habe ich das hier gestellt. Da. Wir hier rein. Aber er hat keine Sonne. Sonne. Keine Sonne. Natürlich hat hier unten keine Sonne. Hm. Nehme ich dich nochmal mit. Ich schlafe in der Nacht. Gemeinsam im Bett. Ich gehe jetzt mal hier hin. Sonne. Oder ist das gar nicht alles so ein Zeichen? Also ist das nicht so gemeint? Ich glaube nicht. Äh... Ich brauche, glaube ich, echt einfach nur Baumil dann. Uff. Ähm. Habe ich es nicht mitgenommen? Da ist es... Ach, Junge. Ähm. Es leuchtet stark. Er verbraucht Power. Ah, er verbraucht auf jeden Fall Energie. Okay. Baumil ist nicht zwingend. Ist optional. Aber mit Baumil... Also... Ob es jetzt Baumil ist oder irgendwas anderes. Natürlich besser. Ja. Hm. Er verbraucht aber auch ordentlich. Kommt mein System damit. Ich glaube nicht ganz. Wood Essence. Und natürlich Wood Seeds. So jetzt. Upgrades können wir auch nochmal reinpacken. Damit er schneller... Schneller arbeitet. Jetzt zeigt er mir ja an... Keine... Keine Sonne. Warum mir das jetzt... Ah, der hat... Hm? Ähä? Dann packt er die automatisch wieder rein. Wenn ich jetzt... mir hier... Mir hier... Ah nee, kann ich schon unten... Ah, ich habe doch Sitz jetzt verbunden. Ich kann ja Farbenland haben. Muss das Silted sein? Ich glaube es muss Silted sein. Ging mir das nicht so? Ach, eins brauche ich sogar. Nur eins. Ne, kann ich nicht benutzen. Okay. Na, hätte ja sein. So bekommen wir aber nicht mehr Seeds raus. Und ich weiß auch nicht, warum er nicht direkt den Seed wieder verwendet. Vielleicht wenn ich ihn als erstes, als Slot 1. Und mein Ding bekommt keine Energie. Transport. Input Output. Da. Von Output. Ich gucke mir das Video nochmal an. Wie er es gemacht hat. Dass automatisch der Seed wieder in den Slot kommt. Das mache ich nochmal. Aha. Ich habe gesehen. Ich habe gelernt. Und wenn man wieder einen Drawer hat. Aber das darf jetzt kein einfacher Drawer sein. Jetzt wird ein komplexer Drawer gemacht. Aber ich glaube, ein normaler Double Drawer-Dingsbums geht auch. Das hier. Der Übeltäter hier. Wenn man den jetzt hier drauf packt. Der hat der. Und da kommt der hin. Das locken wir so. Aber wie heißt der Drawer-Mod? Simple Functional. Aber ich kann mir das nicht merken. Functional. Ich hatte doch den Schlüssel. Die Keycard da gehabt. Configuration Tool. Wo habe ich den jetzt? Ah, ich weiß wo. Ah, ich weiß wo. Ja, das ist noch Chaos hier. Perfekt. Jetzt müsste ich denen doch sagen, dass er von da oben nehmen soll. Ich mache aber schnell einen zweiten Seed daraus. Dass ich wenigstens zwei davon habe. Dann ein paar mehr ruhig. Drei Stück. Jetzt müssen wir Configuration Auto Input top sein. Da brauche ich jetzt einen Pusher Upgrade. Ai, ai, ai. Ich muss eh Input Auto machen. Ist das Input Output? Auto Input Auto Output Desabled. Enabled. Oh, okay. Ist fast funktioniert. Und Wasser ist immer Auto. Ja, perfekt. Sehen wir, wie der produziert. Das dauert jetzt eine kleine Zeit. Ich glaube, das ging so schnell. Man hat es vorher auch schon vier. Kann gut sein. Der kann erst mal so weiterlaufen. Was ich dann noch so ein Oskling mache. Dass ich dann hier eine Reihe habe. Wie alle aufgestellt sind. Dann muss ich dann auch bis hier in die Energie weiterleiten durch Cables. Aber das wird schon alles. Nächstes machen wir etwas ganz Basiges. Wir machen jetzt Obsidian Nummer. Damit wir gemeinsam in die Neter gehen können. Damit wir ein bisschen mehr Playspot bekommen. Wie viele Obsidian habe ich denn noch? Sechs. Das heißt, ich brauche nur zehn. Also nur vier für ein Portal. Und auf geht's. Weil. Ja, woher nicht? Koalipa. In der Neter gibt es auch Fortresses. Die wir leider jetzt nicht in der Nähe haben. Hm, na schade. In der Testwette habe ich natürlich direkt fast neben mir Fortress gefunden. Was jetzt hier nicht der Fall ist. Muss ich ein bisschen gehen. Weil dann können wir natürlich Wither Skelette bekommen. Oder beziehungsweise Wither Skulls. Damit wir auch dann unsere... Ich gehe mal durch Thor, das wird mir hier zu laut. Damit wir natürlich Wither Stars bekommen. Und Blazes auch. Damit wir dann mehr Playstrots bekommen. Und mit den Playstrots kann ich dann auch die Seeds machen. Weil ich glaube, Blazes könnten vielleicht noch in Zukunft wichtig werden. Und auf jeden Fall auch jetzt, weil ich brauche ja relativ viele Places. Oder beziehungsweise Placerots. Die haben sogar einen EMC-Wert. Äh, genau. Damit wir unsere Generatoren dann betreiben können. Mit den Heatern hier. Mit diesen Placing Crystals. Und auch für das Crafting Rezept brauchen wir einiges von denen. Ich weiß gar nicht. Das sind Tier C... äh, Tier 4 Seeds. Mal gucken, ob das jetzt reicht. Prudenium. Vier davon. Ich hätte sogar noch... Warte. Zu Premium. Oder whatever. Oder whatever es heißt. Ach, warte. Also ich brauche noch Shards hier, oder? Ja. Dann haben wir Subly Crystals. Dann brauchen wir noch eine Stufe. Dann wird ich dann die in Selenium Dinger bekommen kann. Ich habe sogar noch ein paar hier vorne. Ach, äh. Aber es wird ja nicht reichen. Mh, mh. Da fehlt auch ein bisschen. Da muss ich ein bisschen twerken. Ein bisschen nachhelfen. Das könnte ich eigentlich auch automatisieren. Das sollte kein Problem sein. Aber was ein Problem ist... Ähm, der Platz. Der geht mir so ein bisschen aus. Ich habe auch noch ein paar Cables. Ein paar Smart Cables. Kann ich noch... Sollte doch funktionieren, oder? Device Online? Ja. Ich weiß auch nicht, warum bei mir der Construction Mode hier nicht geht. Wenn ich ja... Ich drücke. Sollte ja auf Construction Mode wechseln. Aber irgendwie... Ist da nichts. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Super nice. Jetzt kann ich auch... Okay, genau. Jetzt kann ich Rezepte machen. Jetzt sollte ich ein bisschen... Ein bisschen mehr Space haben. Oder auch nicht. Eine Reihe habe ich auf jeden Fall. Hm? Da fehlt eine. Cables? Cables sind weg. Warum? Jetzt sollten wir da da sein. Ja. Ah, guckt Leute. Das sieht doch besser aus. Boah, jetzt wollte ich... Was wollte ich jetzt machen jetzt? Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Ah, wird abgelenkt, Leute. Ihr seid schuld. Ähm. Was... Oh, was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich jetzt autocraten. Irgendwas wollte ich jetzt hier einstellen, Leute. Ich habe es wegen euch vergessen. Vollzeitgedächtnis. Ich wollte keine Pipes. Was wollte ich gerade machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? So peinlich. Ah. Warte, ich muss überlegen. Ja, und da ging die Aufnahme zu Ende. Ähm. Ich habe nicht mehr viel gemacht. Wo jetzt, äh... Blick darauf. Ich habe nur noch die Crystals hier. Die Patterns gemacht. Wie ihr seht. Die habe ich nur noch gemacht. Und, ähm... Wir wollten dann Inferium craften. Beziehungsweise hier Superium. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich auch nur noch sagen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.